Hallo, I'm Staudt. Heute mal wieder mit einem Photoshop für Nerds Tutorial. Nerds deswegen, weil das doch ein bisschen kompliziert wird heute, weil ich will euch zeigen, wie man die Stapelmodi in Photoshop dazu verwenden kann, eher so kreative Bilder zu erstellen. Das heißt, indem man nicht nur einen Stapelmodus nimmt, sondern mehrere und die miteinander nochmal verrechnet, ausmaskiert oder was auch immer. Damit kann man zum Beispiel solche Bilder hier erstellen. Das heißt, das sieht ja auf den ersten Blick aus wie eine Langzeitbelichtung. Man sieht aber schnell, dass das gar keine sein können, sondern dass das Überlagerungen sind. Hier kann man das auch ganz gut sehen. Hier haben wir ein feststehendes Element, was wir auch ausrichten können. Das sind vielleicht 20 Fotos oder so, auf denen das immer wieder auftaucht. Dazu brauche ich aber auch gar kein Stativ, sondern ich bin quasi auf das Wackeln der Kamera angewiesen, damit ich dann diesen chaotischen Hintergrund irgendwie bekomme. Das hier sind dann eher so künstlerische Bilder, wo ich also auch Stapelmodi verwende, die man normalerweise nicht nimmt oder mit denen man eigentlich so im normalen Alltag nichts anfangen kann. Oder solche Geschichten hier ein bisschen poetischer oder apokalyptischer. Oder hier wieder so ein Bewegungsablauf oder Porträts. Wenn ihr Porträts sehen wollt, die ziemlich gut sind, die mit dieser Technik gemacht worden sind, dann guckt euch Axel Bückert an. Ich glaube mit UE oder mit Ü. Da findet man auf jeden Fall beides. Und der macht da ziemlich professionelle, tolle Sachen und der macht das auch viel öfter und besser als ich. Ich habe mich quasi nur einmal so ein paar Wochen damit beschäftigt. Und das sind auch alles Fotos von einem einzigen Shooting, wo ich in Mitte unterwegs war. Oder hier Leerter Bahnhof. Das mit diesen Uhren finde ich ganz schön, wie die da hin und her tanzen. Oder auch diese neue Architektur, die durch diese Überlagerung da entsteht. Ja, hier auch. Oder hier, das geht dann eher so in Richtung Malerei. Das ist dann wie so ein Bild von Lionel Feininger aus den 20ern. Futurist oder Kubist, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Oder hier auch wieder ein Porträt. Da holt man sich das schönste Porträt raus, stellt es in den Vordergrund und maskiert das dann so wieder raus, dass man dann halt diese Überlagerung, die man mit den Stapel-Modis erzeugt hat, hat. Oder das ist hier auch wieder ein klassischer Fall. Auch nicht mit einem Stativ gemacht, sondern einfach die Kamera so ruhig gehalten, dass man nachher dieses Kino ausrichten kann, sodass da nichts wackelt, wenn man jetzt die verschiedenen Bilder an- und ausschaltet und wir dann aber quasi eine Menschenmenge da durchlaufen lassen können. Heute machen wir aber nicht so eine komplizierte Geschichte. Weil diese Bilder, die ihr jetzt gesehen habt, das schüttelt man nicht einfach so aus dem Ärmel. Da braucht man so ein bisschen Inspiration. Das ist auch zeitaufwendig, weil wenn ihr da jetzt 20, 30 Aufnahmen nehmt, werdet ihr merken, dass es Stapel-Modi gibt. Die brauchen sehr lange an Berechnungszeit. Das kann ich euch natürlich während eines Tutorials nicht leisten. Sondern wir machen jetzt etwas mit vier Aufnahmen, die ein bisschen einfacher sind. Wir nehmen mal diesen Schlagzeuger. Ich markiere alle vier Bilder, gehe ins Entwickeln-Modul und dann entwickle ich die Bilder ganz normal. Ich mache mal hier vorher, nachher. Das ist so ein bisschen ausgerichtet, so ein bisschen heller gemacht, wie auch immer so, dass da ein normales Foto bei rauskommt. Hier auf Synchronisieren gestellt. Und dann hat man hier vier Bilder, mit denen man arbeiten kann. Dann macht ihr einfach einen Rechtsklick und geht unter Bearbeiten. Wo ist denn das? Hier Bearbeiten in Photoshop als Ebenenöffnen. Das haben wir jetzt während des ganzen Tutorials, dass wir immer wieder warten müssen. Diese ganzen Stellen, wo man warten muss, die werde ich jetzt einfach 300-400% schneller abspielen, damit ihr das nicht die ganze Zeit sehen müsst. So, jetzt haben wir die vier Bilder in Photoshop geöffnet. Wir können uns die jetzt nochmal angucken und sehen. Ich gehe jetzt mal in ein anderes Werkzeug, dass der Rahmen da nicht mehr zu sehen ist. Dann sehen wir, wie die Architektur hier hin und her tanzt. Das ist natürlich auch alles freie Hand in der Hocke. Und wir wollen jetzt, dass zum Beispiel dieser Brückenbogen hier von der Warschauer Brücke, dass der ausgerichtet ist. Also, was machen wir? Wir machen uns als erstes einen Schnappschuss. Wir fangen jetzt gar nicht erst mit der Arbeit an, sondern wir brauchen jetzt bei dieser Arbeit ab und zu mal einen Schnappschuss, weil ich das jetzt schwer erklären kann. Das werdet ihr aber nachher sehen, dass es echt sehr wichtig ist, dass man immer auf einen bestimmten Status zurück kann, weil das hier ist auch eine Technik, die ein bisschen mit Trail and Error zu tun hat. Das heißt, man muss manchmal einfach am Anfang zurück, um nochmal von vorne anzufangen. Das kann passieren. Deswegen, mein Tipp, macht euch ab und zu an wichtigen Punkten Schnappschüsse. Zum Beispiel, wenn das jetzt geöffnet wird, weil ihr könnt jetzt hier nicht über diesen Standard-Schnappschuss auf diesen Status hier zurückkommen, weil der bezieht sich jetzt nur auf die Ebene 513, nämlich die unterste. Und die anderen wären dann nicht mit drin. Deswegen brauche ich jetzt einen Schnappschuss, den nenne ich jetzt einfach LR. Weil so sind die Bilder aus Leitung gekommen. Nach dem Ausrichten machen wir uns auch noch einen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, weil das wäre ganz wichtig, weil dann brauchen wir das Ausrichten nicht nochmal zu machen. So, jetzt nehmen wir einfach die vier Bilder hier, also die vier Ebenen, markieren die und gehen auf Ebene automatisch ausrichten. Dann nehmt ihr einfach hier oben Auto und den Rest lasst ihr raus. Den Rest lasst ihr aus. Okay? So, jetzt sind die Bilder zueinander ausgerichtet. Hoffe ich zumindest. Man macht dann nochmal an und aus alles. Und seht mal, die Architektur, also die feststehenden Elemente, die sind alle jetzt deckend übereinander. Und deswegen können wir jetzt auch das Bild, wenn wir mit C auf das Beschneiden-Tool, Freistellen-Tool gehen, einfach können wir hier einfach diese transparenten Ränder beseitigen. Wichtig jetzt beim Beschneiden ist, dass ihr hier oben die Mülltonne anschaltet, so dass die überstehenden Pixel auch wirklich weg sind, weil die brauchen wir jetzt nicht. Die könnten auch störend sein. So, jetzt würde ich den nächsten Schnappschuss machen. Okay? Ausgerichtet. So, jetzt kann ich nämlich hier einfach, könnte jetzt hier hin und her gehen. So kamen sie aus LR, so sind sie ausgerichtet. Also das ist eigentlich eine wunderbare Geschichte, die ich eigentlich viel zu selten benutze. Aber in Aktionen benutze ich sie oft, sodass ich auch auf den Status vor der Aktion zurückkomme oder so. Jetzt haben wir die alle vier markiert und wir können nur dann mit Stapelmodi arbeiten, wenn wir ein Smart-Objekt haben. Und zwar brauchen wir alle Ebenen, die wir bearbeiten möchten in einem Smart-Objekt. Das heißt, ich müsste jetzt hier nicht alle markieren. Ich könnte auch nur zwei oder drei nehmen. Ich nehme natürlich jetzt alle vier, weil das ja mein Plan war und konvertiere die in ein Smart-Objekt. So, jetzt haben wir ein Smart-Objekt, in dem alle unsere vier Ebenen drin sind. Und erst in diesem Moment kann ich auch einen Stapelmodus drauf anwenden, weil das hat als Voraussetzung ein Smart-Objekt, in dem verschiedene Ebenen drin sind. Also mit einer Ebene würde das nichts bringen, weil diese Ebenen ja miteinander verrechnet werden, die da drin sind. Ja, und eine Ebene kann mit sich selbst nicht verrechnet werden. Okay? Also gehen wir ins Menü Ebene, unter Smart-Objekte und ganz runter auf Stapelmodus. So. Und wenn ihr jetzt Anfänger seid und das noch nie gemacht habt, dann haltet euch mal an die vier Stück, die mit M anfangen. Ja, das sind die, die in der Regel Ergebnisse bringen, die wir haben möchten. Ja, und alle anderen, die müsst ihr natürlich auch mal ausprobieren, um zu wissen, was da passiert. Ja, die sind eher so für Spezialfälle. Also ursprünglich wurden die ja dazu erfunden, entweder Bilder miteinander zu verrechnen, sodass wir kein Rauschen mehr haben. Das wäre zum Beispiel ein Mittelwert. Früher hieß das mal arithmetisches Mittelwert. Das haben sie irgendwie geändert. Ich weiß nicht, warum. Dann gibt es einen Modus, der dazu da ist, das ist so eine Art ND-Filter-Simulation, dass man zum Beispiel einen Platz, auf dem sich bewegende Menschen sind. Die dürfen natürlich da nicht rumsitzen oder so. Aber wenn sich darüber Autos bewegen oder Menschen bewegen, dann kann man mit mehreren Aufnahmen dieses Foto leerfegen. Welcher das jetzt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist ein Maximum. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Es gibt im Handbuch bei Photoshop, in der Online-Hilfe, gibt es eine Tabelle. Dort steht das drin. Dort könnt ihr euch ja mal die Beschreibung von Entropie durchlesen. Und wenn ihr die verstanden habt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil ich kapiere es nicht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wozu das gut sein soll. Okay? Das ist eine Sache. Dann gibt es auch welche, die für Langzeitbelichtung gut sind und pipapo. Ja, also das kann man alles nachlesen. Wir wollen das ja jetzt kreativ verwenden. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Üblichen an. Das ist nämlich der Mittelwert. Und der Mittelwert, der macht uns jetzt quasi so eine Art weichen Bewegungsablauf. Der ist deswegen weich, weil der eigentlich dazu da ist, Rauschen zu entfernen. Aber wenn man den jetzt auf so einem Bild verwendet, dann entsteht dadurch so eine Art durchsichtiger Bewegungsüberlauf. Das sind also Überlagerungen quasi. So, jetzt haben wir den hier und möchten den aber mit einem anderen vergleichen, weil ich ja vielleicht mehrere verwenden will oder einfach mal wissen will, wie die alle aussehen. Das heißt, ich müsste jetzt hier jedes Mal ins Menü gehen und mir das angucken und mir merken, wie das vorher ausgesehen hat. Das ist natürlich Blödsinn, weil das kann ich mir nicht merken, weil wir wissen genau, wie das ist, wenn man Ebenen miteinander vergleichen will. Also würde ich jetzt, ich mache das jetzt mal händisch, eine neue Ebene erstellen. Und die muss ich dann auch benennen, sonst vergesse ich das ja wieder. Die nenne ich jetzt Mittelwert und das kann ich jetzt mit Befehl Alt Shift und E diese Ebene, die ich hier unten habe, quasi einfrieren. So, jetzt kann ich wieder auf mein Smart Objekt gehen, kann hier oben unter Ebene, Smart Objekt, Stapelmodus und dann nehmen wir jetzt mal Maximum. Und da müsste ich das jetzt genauso wieder machen. Neue Ebene, Maximum, Befehl Alt Shift und E. Und jetzt habe ich hier Maximum und dann kann ich die miteinander vergleichen. Und das müsste ich jetzt quasi elfmal machen, wenn ich jetzt alle elf miteinander vergleichen will. Logischerweise, ich meine, jeder, der meinen Kanal kennt, weiß genau, was jetzt kommt. Da kommt nämlich jetzt die Aktionspalette. Okay? Und wie man diese Aktion hier aufzeichnet, das dauert, wenn man es kapiert hat, wie es geht, dauert das eine Viertelstunde oder eine Stunde. Irgendwie sowas, wenn man noch nicht ganz so erfahren ist. Aber das ist ziemlich easy, ja? Und das Video habe ich dazu schon aufgezeichnet und das kriegt ihr dann auch, sobald dieses hier erschienen ist, ja? Und ich lasse die jetzt einfach mal ablaufen. Dazu muss ich aber auf meinen Zustand zurück, der ausgerichtet ist, ja? So, und jetzt seht ihr schon, warum das so praktisch ist, wenn man hier Schnappschüsse macht. Da ist man nämlich hier auf das Protokoll nicht angewiesen, weil das Protokoll wird jetzt, nachdem ich diese Aktion abgelaufen habe, lassen, die ist nämlich dann voll. Okay? Das Protokoll ist voll. So, jetzt, das dauert es ja wahrscheinlich fünf Minuten, das lasse ich jetzt wieder schneller ablaufen, ja? Ich nehme jetzt hier mal meine Startaktion und lasse die mal über diese vier markierten Ebenen ablaufen. Vielleicht tue ich das mal ein bisschen hier zur Seite. Vielleicht sieht man ja währenddessen auch ein bisschen was. So, ich glaube, das war's, ja? Ihr seht, das sind nicht elf Stück, sondern die Aktion ist so aufgebaut, dass ich hier zwar alle elf Stapel-Modi auswählen kann, aber ich kann die auch an- und ausschalten, so wie ich das will. Ich kann die auch in der Reihenfolge verändern, ja? Das ist also eine ziemlich geniale Aktion. Die ist sehr nützlich. So, und jetzt habe ich einfach hier ein paar Ebenen, die ich vergleichen kann, wo ich sagen kann, hm, das ist ja ganz schön. Oder vielleicht ist das hier sogar schöner. Oder das hier. Den finde ich nämlich ganz cool, weil der hier diese Sticks so darstellt, als wäre das mit einem Stroboskop-Blitz aufgenommen. Okay? Das heißt, das kann man ja auf jeden Fall verwenden. Die merken wir uns mal, die Maximum-Ebene. Minimum finde ich jetzt nicht so doll, ist mir zu dunkel. Also man muss dazu dann auch irgendeine Idee haben. Das hier zum Beispiel sind so Ebenen, die ich dann verwende, wenn es eher so in dieses Futuristische geht, in dieses Fantasievolle, ja? So, wir wollen jetzt aber einfach mal hier so einen Bewegungsablauf darstellen. Dazu bräuchten wir jetzt, sagen wir mal, den Mittelwert und Maximum. Und die beiden Ebenen, die werden wir jetzt mal miteinander verrechnen, ja? Das heißt, dass ich mir Maximum mal nach oben hole. Mittelwert ist so meine Base-Ebene. Und die anderen kann ich im Grunde auf jeden Fall von hier nach da, die kann ich jetzt löschen. Die brauche ich auf keinen Fall. Bei den anderen weiß ich das noch nicht so genau, ja? Und jetzt gucken wir uns das erst mal an. In der Regel ist es so, dass mir oft ein Verrechnungsmodus schon echt weiterhilft, ja? Und ich nicht immer unbedingt so komplizierte Masken brauche oder so. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal auf Maximum und gucke mal, ob ich hier irgendeinen Modus finde, der mir gefällt. Jetzt muss ich aber erst mal wissen, was gefällt mir denn jetzt eigentlich an diesem Maximum? Ja, mir gefallen diese Sticks, ja? Also, dass diese Bewegung hier so eingefroren ist. Und mir gefallen hier so bestimmte Lichtkanten, die ich jetzt zum Beispiel beim Mittelwert nicht habe, ja? Diese Lichtkanten habe ich nicht. Hier ist alles irgendwie dunkel. Das heißt, ich kann mir im Grunde mit Maximum so gewisse Lichtgeschichten hier mit reinmalen oder so. Und auf die bin ich irgendwie scharf, ja? Das heißt, ich brauche jetzt einen Modus, der mit Licht arbeitet, ja? Das heißt, das sind diese vier hier. Nee, diese fünf, okay? Negativ multiplizieren, wäre mir jetzt zu hell. Aber aufhellen ist, glaube ich, ein ganz cooler Modus, ja? Mit dem wir irgendwie leben können. Das heißt, das ist jetzt der Bruch zwischen diesen beiden Ebenen, der ist jetzt nicht so stark durch diesen Verrechnungsmodus, okay? Das heißt, ich mache mir jetzt hier einfach eine Maske dran und die invertiere ich. Dann nehme ich einen weißen Pinsel. Ich würde sagen, so mit 30 Prozent, okay? Schön weich, ja? Und dann fange ich jetzt an hier, mir das von dem Maximum, von der Maximum-Ebene einzumalen, was ich gerne hätte, ja? Also zum Beispiel diese Sticks. Also da gehe ich jetzt so oft drüber, dass das 100 Prozent ergibt, ja? So, und dann gibt es jetzt hier an diesem Typen hier mit diesem Hemd oder an dieser Jacke gibt es irgendwie Kanten, die ich gut finde, ja? Ich muss halt nur aufpassen, dass ich jetzt nicht in Bereiche wie bei diesem Kopf zum Beispiel, den würde ich jetzt dadurch eher wieder mehr ausblenden, ja? Das heißt, dass ich jetzt wirklich mich eher auf das Licht konzentriere, dort, wo mehr Licht sein soll. Ja, und ihr seht, dass bei diesen feststehenden Objekten hier passiert nichts, ja? Diese ausgerichteten, also das alles, was ausgerichtet ist, da passiert nichts, sondern nur bei diesen sich bewegenden Objekten, da passiert was. Also hier würde ich auch nicht Licht in den Kopf reingehen, ja? Sondern hier gucken, dass ich eher so diese Stellen betone, ja? Die Licht bekommen. Okay, das kann man natürlich, logisch, ist ein Tutorial, das mache ich dann natürlich jetzt nicht so super exakt, sondern ich will euch ja nur das Prinzip zeigen, ja? So würde man da vorgehen. Das heißt, ihr hättet jetzt quasi zwei Ebenen miteinander irgendwie verrechnet. Da kann man jetzt natürlich auch noch andere dazu nehmen, um dann jetzt auch dunklere Parts einzuzeichnen und so. Wichtig wäre mir jetzt zum Beispiel hier, dass das Gesicht, ja, das ist natürlich jetzt, ähm, weiß ich nicht, ob man das so nehmen sollte, ja? Also da zeige ich euch jetzt noch einen kleinen Trick. Ihr macht einen Doppelklick auf den Stapelmodus oder hier auf den, ähm, auf das Smart-Objekt und sucht euch jetzt eins aus, was euch gefällt. Ja? Und ich glaube, ich würde auch gleich das Erste nehmen. Und das kopiert ihr euch rüber in eure Arbeitsdatei. Das könnt ihr wieder schließen, da wird auch nichts geändert, ja? Die ist jetzt hier unten gelandet. Das legt ihr einfach nach oben, macht da eine Maske drüber, invertiert die und dann holt ihr euch mit einem weißen Pinsel, diesmal in 100%, holt ihr euch einfach das Gesicht hier, wo es scharf sein soll. Die Kante, die kann man ja ruhig unscharf lassen, das betont ja die Bewegung, aber so ein paar Geschichten hier, damit das Auge auch was hat, woran es sich festhalten kann, die würde ich jetzt einfach hier reinholen. Das ist natürlich jetzt sehr schnell und sehr grob, okay? Nee, hier unten, nee, das würde ich nicht machen. Okay? So ungefähr. So, und jetzt hätten wir quasi einen Bewegungsablauf, hatten die Lichtkanten und haben uns das Gesicht scharf reingeholt. Das hier ist quasi eine Arbeitsgrundlage. Ja, das wäre jetzt quasi die Arbeitsgrundlage dafür, mit diesem Bild weiterzuarbeiten. Jetzt könnte man Retuschen machen, dann könnte man einfach noch einen Look drüberlegen, bestimmte Dutch & Burn-Geschichten, etc. Also jetzt würde eigentlich die normale Bildbearbeitung losgehen. So gehe ich da vor. Das heißt, wenn wir aber dann so künstlerischere Bilder machen, ich gehe jetzt nochmal in diesen Ordner hier, dann wird es echt komplizierter. Also so ein Bild hier, das macht man halt nicht so in zehn Minuten, wie ich das gerade gemacht habe, sondern da muss man halt lange vergleichen, welche Ebenen, wie man die nehmen will und welche Parts man da rausnimmt. Das sind also bestimmt jetzt vier verschiedene Ebenen, die ich da genommen habe. Außerdem, weil wenn man so eine Aktion hat, kann man die ja immer wieder ablaufen lassen. Das heißt, ihr könnt wieder mit euren Schnappschüssen einfach auf den Ursprungszustand zurückgehen und du wendest auch mal die eine oder andere Ebene ausschalten, dass man halt nicht immer alle nimmt, sondern dann guckt, welche Ebenen zueinander passen, weil das ist das Schwierigste am Anfang, dass man die passenden Fotos aussucht. Das heißt, das muss schon in derselben Situation sein, sodass das irgendwie einen Zusammenhang ergibt. Also wenn man einfach beliebige verschiedene Fotos überblendet, kann man ausprobieren, kommen aber nicht so sinnvolle Ergebnisse da raus. Also irgendwas, was so in Richtung Bewegung geht zum Beispiel. Also wenn ihr das jetzt außerhalb dieser klassischen Methoden, die ich schon beschrieben habe, verwenden wollt, da könnt ihr dann einfach mal so Bilderserien schießen und das ausprobieren. Das macht ziemlich Spaß, ist aber nicht so einfach. Das heißt, ihr müsst dann, wenn ihr dann das nächste Video gesehen habt, wo ich euch zeige, wie man diese Aktion aufnehmt, könnt ihr das ja mal ausprobieren und dann freue ich mich auf eure Kommentare, wie ihr diese Technik findet und ob ihr da was mit anfangen könnt. Euer Armin Storz.